Hi Freunde, in diesem Video zeige ich euch, warum ich 90 Euro für ein Übersetzer-Tool ausgegeben habe und warum auch die Gratis-Version schon dein komplettes Web-Erlebnis mit einem kleinen Shortcode erheblich verbessern wird. DeepL ist ein deutsches Technologie-Unternehmen aus meiner Nachbarstadt Göln, das auf künstliche Intelligenz basierende Übersetzungssoftware anbietet. Ich gehe mit dir kurz und knackig alle Funktionen durch und bin mir sicher, dass du zumindest die Gratis-Version in Zukunft so wie ich nutzen wirst. Lass uns mit der kostenlosen Version starten. Genau, ich zeige euch einfach mal, was ihr in der kostenlosen Version bekommt. Und zwar könnt ihr drei Dokumente übersetzen, das heißt, ihr könnt eine PDF hochladen auf Englisch. Diese wird dann komplett auf Deutsch übersetzt, das testen wir gleich auch noch. Genau, die Dateigröße darf dabei 5 MB nicht überschreiten. Und ihr bekommt ein Glossar mit bis zu 10 Einträgen. Was ein Glossar ist, zeige ich dir gleich auch noch. Genau, und das Wichtigste ist eben, du bist in der Textübersetzung begrenzt, aber nur in Form von Zeichen. Du kannst trotzdem Textabschnitte immer weiter übersetzen. Also, wenn du die Premium-Version hast, ich habe in dem Fall die Starter-Version, hast du hier keine Limitierung. Du kannst grenzenlosen Text übersetzen lassen. Oft ist es ja so, dass man beim Surfen nur einige Abschnitte übersetzen muss und so weiter. So, das ist die Gratis-Version und die reicht im Prinzip für die tägliche Nutzung komplett aus. So, DeepL bietet momentan zwei Tools an. Einmal den DeepL-Übersetzer und einmal DeepL-Write. Das ist relativ neu, zeige ich dir gleich auch. So, ich habe hier wieder einen Text über fliegende Tiere vorbereitet, erzeugt von ChatGPT. Den fügen wir einfach mal ein. Der ist jetzt auf Deutsch. So, hier sehen wir schon die Limitierung. Aber, wenn du dir ein DeepL-Konto erstellst, kannst du sogar bis zu 5000 Zeichen auf einmal übersetzen. Das sollte auf jeden Fall für die meisten ausreichen. Also, ein Konto anlegen lohnt sich auf jeden Fall. So, genau. Jetzt haben wir hier quasi das Übersetzerfenster. Und hier sind die Sprachen, in die du den Text übersetzen könntest. Wenn wir das Ganze jetzt auf Litauisch übersetzen, dann haben wir hier den Text. Wir drehen das Ganze jetzt mal um. Wenn wir hier den litauischen Text haben. Genau, du hast jetzt hier keine Auswahl, wie du den Text übersetzen kannst. In der Pro-Version hast du hier noch die Möglichkeit, das Ganze formell oder informell übersetzen zu lassen. Genau, informell heißt einfach, der duzt den Leser. Und formell heißt, er sieht es, den Leser. So, aber das ist noch nicht alles. Jetzt hast du nämlich hier die Möglichkeit, bei so einem normalen Standardtext. Hier wird der Leser überhaupt nicht angesprochen. Das ist jetzt ein sachlicher Text. Wenn dir jetzt ein Wort nicht gefällt, kannst du hingehen und sagen, die Landebahn gefällt mir nicht. Dann kannst du sehen, was sind die naheliegendsten Wörter und kannst hier den Text abändern. Verkehrskorridore. Korridore, Verkehrswege, Verkehrsschneisen. Also du kannst hier den Text nach deinem Belieben anpassen. Er fordert ständige Wachsamkeit. Ist natürlich schon das beste Wort. Permanente, konstante, kontinuierliche. Und er passt dann auch den ganzen Text dementsprechend an. So, und dann, wenn dir das gefällt, kannst du es hier einfach kopieren. Und dann hier beispielsweise wieder einfügen. Er erkennt dann natürlich auch direkt die Sprache. Und, genau, kannst das Ganze auf Dänisch übersetzen mit einem Klick. Oder auf Türkisch. Genau. Und auch hier könntest du jetzt hingehen und sagen, ich passe das Wort an. Jetzt zeige ich dir kurz das Glossar. Wenn wir jetzt sagen, die beiden Wörter Parallel World sollen immer in Alice Wunderland übersetzt werden. Dann können wir hingehen und sagen, ersetze Parallel World mit Alice Wunderland. So, und dann wird das hier im Glossar gespeichert. Genau, und dann siehst du direkt, es wird hier abgeändert. Und jetzt könntest du hier noch hingehen. Das ergibt natürlich jetzt keinen Sinn, aber es soll auch nur als Beispiel dienen. Genau, als nächstes haben wir Dateien übersetzen. Hier kannst du PDF, Word und PowerPoint Dateien übersetzen. Das zeige ich dir gleich. So, das dritte Tool ist DeepL Write. Das ist relativ neu. Hier kannst du deine Texte nochmal auf Grammatik- und Rechtreibfehler kontrollieren. Den Ton des Textes anpassen oder festlegen. Die Sätze komplett umformulieren lassen. Und sprachliche Feinheiten zum Ausdruck bringen. So, wenn wir jetzt den Text mal einfach hier einfügen von eben. So, hier siehst du, bist du auf 2000 Zeichen begrenzt. Hier sagt er dir dann, was er denkt. Gewaltige Schwingen würde er hier mit riesigen Flügeln übersetzen. Genau, er vereinfacht das Ganze auch, indem er hier einfach die Sätze korrigiert. Aber diese Welt ist nicht ohne Herausforderung. So, der simplere Satz wäre, doch diese Welt ist nicht ohne Gefahr. Ja, so kann man den ein oder anderen KI-generierten Text nochmal überarbeiten lassen. Und vielleicht den ein oder anderen KI-Generator überzeugen, dass der Text von einem Menschen geschrieben wurde. Ohne da irgendwelche Empfehlungen geben zu wollen. Genau, das sind die drei Fähigkeiten von DeepL. So, hier sind wir jetzt in der Pro-Version. Wir nehmen jetzt einfach mal The Longest Text Ever. Kopieren den, fügen den hier ein. So, hier kriegen wir auch direkt eine Warnung, dass das ein sehr großer Textblock ist. Wenn du den Text bearbeiten willst, musst du auf jeden Fall kleinere Schritte gehen. So, und hier hat er schon den Text übersetzt. Also komplett. Ja, also es geht super schnell. So, jetzt könntest du den hier kopieren. In ein Dokument einfügen. Genau, und hast den Text in ein paar Sekunden übersetzt. Also es gibt keine Limitierung. So, um eine PDF übersetzen zu können, habe ich hier einfach mal eine Studie rausgesucht. Und, genau, es ist natürlich interessant zu sehen, ob er auch die Tabellen übersetzt. Deshalb laden wir die mal runter. Genau, ich habe das Dokument jetzt hochgeladen. Und, ja, wir übersetzen es in Deutsch. Du könntest es aber auch in eine dieser Sprachen übersetzen. Und dann schauen wir mal. So, das hat jetzt nicht lange gedauert. Ja, und guck dir das an. Es ist einfach auch noch komplett formatiert. Das ist schon der Hammer. Ja, guck mal, in so einer kurzen Zeit, selbst die Tabellen wurden alle richtig übersetzt. Okay, mein Raum ist wahrscheinlich nicht richtig. Aber, das als Grundlage ist meiner Meinung nach extrem stark. Man ist natürlich hier auf fünf Dokumentübersetzungen limitiert. Also, da muss man weise wählen. So, zum Test von DeepLWrite werde ich jetzt einfach mal die ganze Datei kopieren. Und hier einfügen. Okay, ich sehe gerade, wir sind auch hier in der Pro-Version limitiert auf 5000 Zeichen. Ja, da musst du also Step für Step durchgehen, weil wahrscheinlich sonst das Tool überfordert sein würde. Aber das passt. Also, du siehst, 5000 Zeichen sind nicht wenig. Hier ist eine Beispiellänge. Genau. Also, damit kannst du schon gut arbeiten. Na, dann kannst du hier deine Texte verbessern. Dann kopierst du es raus. Und dann nimmst du einfach den nächsten Abschnitt. So, soviel zu den Online-Tools. Jetzt zeige ich dir aber, wie ich das Ganze im Alltag nutze. Und zwar gibt es für Chrome eine Erweiterung. Die kannst du dir installieren. Den Link setze ich dir unter das Video. Genau. Und hier siehst du schon das erste Feature. Website übersetzen. Zum Beispiel habe ich jetzt einfach mal einen Newsartikel rausgesucht auf Englisch. Wenn du jetzt sagst, ich möchte den übersetzen lassen, klickst du einfach hier auf den Shortcode. Dann auf die Sprache deiner Wahl. Bei uns ist das Deutsch. Und dann auf Website übersetzen. Und dann geht das innerhalb einer Sekunde, hat er dir das übersetzt. Und du kannst es dir schön auf Deutsch durchlesen. So, wenn du jetzt sagst, okay, das gefällt mir nicht. Dann klickst du einfach wieder auf Original anzeigen. Und dann hast du wieder die englische Seite. Das ist meiner Meinung nach auch das stärkste Feature der Chromerweiterung. Genau. Und hier kannst du dir auch selber Shortcodes anlegen. Dafür klickst du hier auf Tastenkombination ändern. Am stärksten ist natürlich Text übersetzen. Ich zeige dir das jetzt einfach mal mit einem Beispiel mit STRGX beispielsweise. Da kannst du natürlich dann anlegen, was du möchtest. So, wir gehen zurück zu unserem Netflix-Artikel und kopieren einfach mal ein Stück Text und drücken den Shortcode STRGX. Und dann poppt hier so ein kleines Fenster auf, der den Text eben auch direkt übersetzt. Du kannst dir auch noch vorlesen lassen. Netflix hat eine wütende Reaktion von streikenden Hollywood-Schauspielern und Autoren ausgelöst. Ja, ist jetzt nicht die beste Qualität, aber why not? So, das war es soweit zu der Chromerweiterung. Jetzt möchte ich noch auf die Apps eingehen, die ich persönlich nutze. Also ich habe es auf meinem MacBook installiert und auf dem Windows-PC und beides funktioniert sehr gut. Genau. Und du kannst es auch für dein iPad, für dein iPhone, für Android runterladen. Da gibt es keine Limitierung. Und ich sehe gerade, es gibt auch eine Erweiterung für Edge. Also wenn du den Edge-Browser nutzt, kannst du auch den benutzen. Genau, so sieht das Fenster im Endeffekt aus. Und du hast auch die gleichen Funktionen wie online, bis auf die Write-Funktion. Die ist hier noch nicht integriert. So, und jetzt komme ich zum Game Changer überhaupt. Hier geht ihr auf Tastenkombination und stellt euch Text mit DeepL-Übersetzer, Übersetzen, auf STRG-C, wie ihr normalerweise etwas kopieren würdet. Und dann nochmal C. Also ihr drückt zweimal C. Einmal C zum Kopieren, zweimal C zum Übersetzen. Ich zeige dir das. Du sagst, okay, ich möchte den Text übersetzen. Drückst STRG-CC, der schmeißt den direkt in dein Fenster und übersetzt den Text. Das ist ein Game Changer. Du könntest ihn jetzt direkt kopieren, zack. Du hast in Sekunden den Text auf Deutsch übersetzt und kannst ihn verwenden. Du kannst hier alles anklicken. Du kannst die ganze Seite übersetzen. STRG-CC. Und du hast hier in Sekunden den kompletten Text übersetzt. Und er scrollt auch noch schön mit, damit du genau sehen kannst, was wird denn hier wo und wie übersetzt. Du kannst es dir vorlesen lassen. Lass uns wissen, dass du mit Cookies einverstanden bist. Wir verwenden Cookies. Ja, wir verwenden Cookies, genau. So, ein weiteres sehr, sehr starkes Feature, was ich zum Beispiel oft nutze, ist die formelle Änderung. Genau, zum Test nehmen wir einfach mal diese formelle Einleitung von einem zufälligen Text. Kopieren den. STRG-CC. So, dann haben wir den hier im Übersetzer und klicken einmal auf Switch. So, hier hat er es nicht genommen. Hier siehst du noch, er sieht es immer noch. Jetzt müssen wir einmal zurück und nochmal zurück. Und schon haben wir den Text in informeller Sprache. Du siehst, hier wird durchgängig geduzt. Ich lade dich ein. Wo wir hier unten noch stehen haben, ich lade sie herzlich ein. Und so kannst du Texte so schnell abändern. Und ja. Also teste die Gratis-Version und schreib mir gerne in die Kommentare, ob es dir so im Leben weiterhilft. Wieder ein Beispiel, warum es gut ist, auch selber Videos über Tools zu machen, die man selber benutzt. Ich habe nämlich jetzt hier noch eine Funktion entdeckt, die ich bis eben gar nicht kannte. Und zwar ist das Text aus Screenshots übersetzen. Das habe ich eben erst angekreuzt und jetzt kannst du hingehen mit STRG-F8. Das Ganze drücke ich jetzt mal. Genau, dann öffnet sich hier dieses kleine Plus. Damit kannst du dann einen Bereich markieren. Genau, und du kannst einfach Text aus Bildern übersetzen. Das ist natürlich jetzt einfach, weil es in verschiedenen Absätzen steht, wird das hier dann einzeln übersetzt. Text machen, vom Hintergrund abheben, Hintergrund. Man kriegt zumindest eine Ahnung, was es heißen soll. So, das waren alle mir bekannten Funktionen von DeepL. Wie gesagt, schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon hältst, ob es dir auch so gefällt. Und wenn du dich über KI-Themen austauschen willst, sei gerne eingeladen, auf dem Künstliche Intelligenz Deutschland Discord vorbeizuschauen. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.